Leute, ihr konntet mir unter dem Hashtag FragDenOtter über den Community-Tab auf YouTube Fragen stellen. Und da sind mal wieder einige kreative Qualitätsfragen mit dabei. Erstmal vielen Dank dafür, aber ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Here we go! McTasty fragt Moin oder Servus? Moin, Servus. Moin, Maite! Snark fragt, ein Butterbrot fällt immer auf die Butterseite, während eine Katze immer auf dem Pfoten landet. Was passiert, wenn man einer Katze Butter auf den Rücken schmiert? Spannendzyklar. Seements resultados wäre so wichtig. advances figura dazu in der stipend Oh, 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 oh. Do a Barrel Roll. Redstone Minecraft 1 fragt, kann dieser Kommentar durch das Universum fliegen, neuen Planeten zerstören und explodieren? JJ Freak fragt, eher Team Pizza oder Team Burger? Das ist eine richtig schwere Frage. Beides ist irgendwie nice, aber im Moment bin ich eher so Team Pizza. Wie seht ihr das? Stimmt gerne mal da oben ab, ob ihr eher Team Pizza oder doch Team Burger seid. Icepear fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht richtig entscheiden. Deswegen hier mal eine kleine Liste von meinen Lieblingsfilmen. Und Serien. Chihiros Reise ins Zauberland, Forrest Gump, Fight Club, Der Schatzplanet, The Dark Knight, Stranger Things, Death Note, Avatar der Herr der Elemente und Rick and Morty. Payne YouTube fragt, wie findest du Deutschrap oder allgemein Musik? Ey, ich liebe Musik. Auch hier mal eine kleine Liste von meinen Lieblingsmusikern. Michael Jackson, Crow, Bilderbuch, Jaden, Mayan, Royal Republic und AllJ. Pommes ohne Ketchup fragt, kannst du durch dein Zimmer fliegen? Sorry, ich kann leider nicht fliegen. Aber dafür dieser Kommentar. Astrid Stock fragt, bist du ein Pokémon? Weil du ja ein blauer Otter bist. Sehr nice Idee. Wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich obviously Typ Wasser. Und das wären übrigens meine Weiterentwicklungen. Foxify Gaming fragt, bist du schon mal wegen Schneiden von Palutens Videos wütend geworden? Ja. Und zwar immer dann, wenn mal da das Mikrofon zu leise ist. Hm. Ryan fragt, wenn du ein Schulfach erfinden könntest, welches wäre das? Ich bin der Meinung, dass es ein Fach geben sollte, in dem man nur über das Weltgeschehen und alles, was die Klasse momentan beschäftigt, labert und diskutiert. Das Ganze wird dann natürlich nicht benotet. In der einen Stunde könnte man beispielsweise über die Politik in Amerika und in der anderen Stunde über das neue Kappi-Album quatschen. Dadurch hätte jeder Schüler irgendwann in jeglichen Themen zumindest eine Grundmeinung und entwickelt eventuell manchen Themen gegenüber sogar Neugierde. Außerdem wäre, glaube ich, eine Stunde, in der man nicht benotet und beurteilt wird, auch mal ganz angebracht. Vicky 15.10. fragt, was war deine schlechteste Note in der Schule? Und in welchem Fach? Meine schlechteste Note war eine 6. In einem Diktat. In der Grundschule. Was so ziemlich das Wax der überhaupt ist. Ich meine, du musst nur zuhören und die Wörter aufschreiben. Das Ding ist, ich hatte keine Probleme damit, die Wörter richtig zu schreiben. Ich hatte Probleme, aufmerksam zuzuhören. Ich habe irgendwie einfach ganze Wörter ausgelassen, einfach nicht hingeschrieben. Und dadurch war ich in jedem Diktat richtig scheiße. Luca Vogel fragt, wieso wolltest du nicht mehr zur Polizei? Ey Junge, schau mich mal an. Schau mich mal an. In meiner Freizeit zeichne ich mich als Otter. Könnt ihr euch vorstellen, dass so jemand wie ich bei der Polizei ist? Außerdem glaube ich, dass es ganz gut ist, dass mir niemand eine Waffe in die Hand drückt. Obwohl ich mit so einem Ding selbstverständlich veran... Fireboy fragt, was war die größte Zeitverschwendung in deinem Leben? PS, grüß mich nicht. Auf Anhieb fällt mir da tatsächlich als allererstes Instagram ein. Und TikTok. Don't get me wrong, das sind beide coole Plattformen, vor allem für kreative Köpfe. Und unkreative Köpfe. Das Ding ist, aus einer 2 Minuten TikTok Session werden meist ganz schnell 2 Stunden, währenddessen man auf dem Klo sitzt. Achja, und der Herr will by the way nicht gegrüßt werden, was gar kein Problem ist, denn ich kenne da jemanden, der nur darauf wartet, von mir gegrüßt zu werden. Black Arrow fragt, also wann bekomme ich nochmal einen Kuchen von dir? Und ganz unten... Grüß mich. Okay, machen wir es so. Wenn Palle den Kuchen für GLP back, dann bekommst du ebenfalls einen Kuchen von mir. Versprochen. Ach ja. Und ich grüße Black Arrow. An der Stelle hoffe ich, dass euch das kleine Video gefallen hat. Ihr könnt gerne diesen Geilo-Kanal abonnieren. Und bitte schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Leute, haut rein. Und oh...